Ich habe euch die Wahrheit der Auferstehung gezeigt aus der Bibel. Wir haben Matthäus Kapitel 28 gelesen. Die Bibel ist eindeutig, Jesus Christus ist leibhaftig auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt, aus dem Grab herausgekommen, hat sich seinen Jüngern gezeigt. Aber die Wahrheit der Auferstehung müssen wir gegen die Feinde der Auferstehung verteidigen. Da müssen wir uns eben mit unseren Feinden beschäftigen, mit den Feinden des Evangeliums. Das sind natürlich nicht nur die Zeugen Jehovas, sondern auch die evangelische Kirche. Denn wie viele, rate mal, wie viele Leute in der evangelischen Kirche oder auch in der katholischen Kirche überhaupt an die Auferstehung glauben? Das sind garantiert die wenigsten. Aber sie führen 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 als Beweis an. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, wo es heißt, in der Schlachter heißt es, in der richtigen Übersetzung, und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Jesus wurde lebendig gemacht durch den Geist. Durch den Geist Gottes. Dazu komme ich dann später noch, dass alle drei Personen der Dreieinigkeit an der Auferstehung beteiligt waren. Aber 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, in ihrer Neue Weltübersetzung, man sollte vielleicht sagen, NWO-Übersetzung, Neue Weltordnung-Übersetzung. In ihrer Neue Weltübersetzung heißt der Vers so, er wurde als Mensch zu Tode gebracht, aber als Geist lebendig gemacht. Seht ihr, was hier passiert? Sie verdrehen Gottes Wort, um zu lehren, dass Jesus als Geistperson auferstanden ist. So weit gehen sie. Denn wenn du einfach 1. Petrus 3, Vers 18 liest, so wie er eigentlich dasteht, der Vers, dann heißt es nicht, dass Jesus als Geist lebendig gemacht wurde, sondern dass er durch den Geist lebendig gemacht wurde. Durch den Geist Gottes. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Sie verdrehen Gottes Wort, weil sie keine Argumente haben. Müssen sie Gottes Wort verdrehen, weil sie das glauben, was sie glauben wollen. Und für die Leute, die dahinterstehen, gibt es keine Hoffnung mehr. Lasst uns beten für die Zeugen Jehovas, dass sich einige bekehren. Nun, natürlich gibt es Vereinzelzeugen Jehovas, die hoffentlich noch offen sind für das Evangelium. Aber die Leute, die dahinterstehen, wirklich hinter der Wachtturm-Gesellschaft, hinter der Neue-Welt-Übersetzung und so weiter, die wirklich das Sagen haben, die sind verworfen. Denn wenn du Gottes Wort verdrehst, dann gibt es für dich keine Hoffnung mehr. Aber dann ist es für dich aus und vorbei, bis in alle Ewigkeit. Dann gibt es für dich keine Hoffnung mehr. Da ist die Bibel eindeutig. Wenn du Gottes Wort antastest, dein Wort verdrehst, dann gute Nacht. Dann gibt es keine Hoffnung mehr.